Liebe Freunde, heute bin ich bei der Käserei Alfuchshof, wie man hinter mir sehen kann am Fahrzeug. Ich hatte jetzt eine kleine Besichtigung dürfen durchführen und hier ist eine Käserei, nur regionale Produkte, Zutaten aus der Region und eine Käserei, die mit Herzblut geführt wird von zwei jungen Leuten, die sich eine Existenz aufgebaut haben. Da haben die meinen Respekt dafür und ich muss sagen, klasse. Wir sind ja auf dem Alfuchshof in Saarburg-Karen, wir haben eine Käserei und machen das jetzt auch schon ein paar Jahre. 2015 haben wir dann die neue Käserei gebaut, wo wir uns jetzt auch gerade drin befinden. Die Milch bekommen wir oben vom Saargauhof, mit dem wir halt eben auch eine enge Kooperation führen, auch was den Hofladen angeht, wo der Käse auch erhältlich ist und ja, unsere Leidenschaft ist Käse. Ich würde sagen, dass wir halt eben Produkte für die Region herstellen und direkt aus der Region. Was uns sehr wichtig ist, dass halt kurze Wege sind und die Leute wirklich auch gucken kommen können, wie wir das herstellen und das tut uns sehr am Herzen, dass halt wirklich kurze Wege sind und wir hinter dem Projekt vollkommen stehen.